Tornau. Mist, der muss ich nicht kennen. Hallo? Hi! Hi, Blue, was geht ab? Das sag ich jetzt einmal, ich will das jetzt nur... Max. Ähm, wer ist dieser Herr Tornau? Wow. Sind wir die einzigen Spieler hier? Alter, ist das so schwer nach oben aufzuspringen, Mann. Alter! Ganz dringend. Ähm, wer ist dieser Herr Tornau? Ich bin hängen geblieben, tut mir leid. Devin, du musst gleich ganz viel deinen Kopf bewegen. Ich werde es bleiben am Spielen. Oh nein! Nein! Ich bin hier auch nicht fremd. Habt er aber seinen Kopf auf dich? Ich glaube, die Kamera ist kaputt. Ins Gefängnis. Ja. Okay, beruhig dich. Äh. Na, das ging mal eben noch so gut. Hallo? Wo bist du denn? Er geht immer so Meter weg. Was ist dein Problem? Na, ich hab jetzt schon mehr rausgefunden, als du in deiner ganzen Zeit gehst. Wie packst du es schon, Timo? Oh, warte. Alter. Wie packst du es schon, Timo? Alter, was ist falsch mit dir? Herr Tornau, das muss ein Überlebender der Ernstzeit sein. Kennst du das? Was? Stehen bleiben. Ähm. Was? Zu, vier Kopfbewegungen in den 10, wo du gar nicht sprichst. Und das Handy zu schnell genommen. Nee, das Handy war eigentlich gut genug genommen. Was jetzt? Ja, bitte. Oh mein Gott, jetzt geht das los. Was? Was? Alles klar. Was soll diese Kopfbewegung? Alter, Dämon. Devin, bisschen mehr Kopfbewegung? Eins, zwei, drei, Action. Also, Herr Erikaneräki. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Nö, nö. Try, 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 try. Try, 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 try. Warte mal, das muss man so setzen, ne? Wieso macht er nur noch das? Was ist das? Homework Ey Nein, nein, nein Was war da überhaupt? Ach das Sie haben ja ein cooles Büro Claire, würdest du Welcher normale Mensch dreht sich denn 180 Grad Oh, ich spiel Bitte, Direktor Herr Toner ist hinter mir her Alter, ich mach's Ja, sorry, ihr habt mich gefehlt Stell dich weiter Junge Bist behindert Du packst es schon, Timo Scheiße Na das ging ja mal eben noch so gut Alter Alter, was ist denn los? Na das ging ja mal eben noch so gut Ihr seid trotz geringerem Speed einfach Er ist in mich reingelaufen Noch mehr aneinander Solltest du leider nicht alles tot modden Wie dein WhatsApp Ja, nur Es funktioniert ja Verstehst du? Noch Weißt du, eigentlich hat gefehlt Jetzt? Eigentlich EIGENTLICH Aber was ist denn hier schon normal? Sie können auch die Treppen benutzen. Wie normale Lehrer. Aber was ist denn hier schon normal? Flo, redest du mit ihm mit? Herr Thornau, Sie können auch die Treppen... Felix, einmal schlagen. 3, 2, 1, lauf! Er ist tausendmal schneller als ich. Spiele halt ab. Spiele halt ab. Spiele halt ab. Die Kopfbewegungen. Detective Lee. Alter. Detective Lee. Galen, Sir, Box. Ich wollte mich nur vergewissern, dass alle Kameras und mit... Will die Tat! Oh Gott! Ich mach den falsch. Nein, das steht unter meiner Würde. Ich werde sie dem Direktor melden. Das werde ich tun. Ich bagge. Nein. Ich seh dich dann so... Aua. Nein! Ja. Hahahaha! Hahahaha! Das ist der Traum. Ja, nee. Hahahaha! Alter, wie du den Kopf bewegst ist das unheimlich! Beine sind zu sehen wir werden heißt das beide oder beine Beine sind zu sehen Ich hab's aufgedruckt Da hat wohl jemand eine Vorliebe Hast du das gemacht? Ja Gut passt Was? Was? Diese Kids Haben sie Timo gesehen? Ich kann ihn riechen Diese Schule kann einen coolen Lehrer gebrauchen Gut raus mit dir Timo Hellenberg Alle schulinternen Ermittlungen übernimmt mein Sohn Sie haben also gleich drei Informantikäle Das muss genügen Oh, hä? Oh Mann was ist los mit dir? Mann Was geht denn mit dir ab? Ähm Und ähm Was war das andere? Hadeguane Hadeguane Ah Achso du bist wieder da Ähm Ich bin doch langsam Los Ich steck da an der Tür fest Hälfte mir Du packst es schon Du packst es schon All die Träste Du packst es schon 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 Du bist da Ich würde da gerne langen Gehen sie mal besser wieder rein Ich denke mal die Schüler haben keine Lust mehr auf noch mehr Sport Alter Leute Zurück Zurück Oh nein Oh nein Das war ja Ich Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Wer ist dieser Spieler? Sandstoßen Wer? Alter Ich brauche den Skin von Ilona Oh Ilona Ah Ilona Ilona Nein hör auf Was haben wir hier? Ich hab keine Ahnung Oh ja Das sind wohl die Outtakes Oh die Kleine Ich hab keine Ahnung